Hallo zusammen Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, erst bin der Tough Queen Bescheid sagen, anzunehmen bei Jenei Sternwisper in den Wälder von Terokar an dieser Position. Rechts unten im Bild sieht man zu jeder Zeit die Koordinaten wo ich bin. ForQuest dürfte gewesen sein, der finale Code. Sollte ich mich täuschen, bitte in die Kommentare posten, also nur falls ihr wollt. Ich nehme die Quest auf, während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze müsste aber auch funktionieren in BC Classic. Und wie ihr seht kann ich fliegen, ich fliege aber am Boden entlang, damit ihr meine Wege nachverfolgen könnt. Ich will euch ja nichts verheimlichen, sondern euch helfen diese Quest abzuschließen. So, nun erreichen wir diese Ortschaft, wo ein Haufen böser Mobs sind. Die werden wir einfach umfliegen. Ihr könnt sie umlaufen oder ihr könnt euch auch durchkämpfen, falls ihr wollt. Vielleicht mögt ihr es ja, weiß ich nicht. Dann geht es wieder auf diesen Weg. Ich bin übrigens auch auf Twitch unterwegs. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr findet mich da Samstag, Sonntag ab 6 Uhr in der Früh. Unter der Woche, Dienstag und Donnerstag ab ca. 17.15 Uhr bin ich live für euch da. So, da bin ich schon. Quest ist abzugeben bei FB in der Tafkwinn, in den Wäldern von Tevokar, an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag ohne Bugs und viel Erfolg. Eizocke Ende.